Er ist nun angekommen in Nürnberg und lebt da seit einem Jahr und hat sich auf eine wache und aufmerksame Art und Weise dort etabliert. Er ist alleine und er steht wahrscheinlich vor der Frage, will ich hier mich jetzt für längere Zeit niederlassen oder nicht. So, das ist der Stand von Felix Voss. Das war gut, das zu erzählen und interessant, das zu erzählen. Er hat mit seiner Partner, mit Paula, eine gute Arbeitsbeziehung. Die sind irgendwie gut zueinander und das ist enger geworden, aber das ist eben auch keine Kumpanei, sondern eine gute Arbeitsbeziehung. Ihr Chef, Kaiser, ist der gleiche geblieben. Er ist ein schwieriger Chef, aber auch ein lustiger Chef, wenn man ihn von außen betrachtet. Aber für die Mitarbeiter, glaube ich, ist er nicht immer einfach. Und die Kollegen Schatz und Fleischer sind so weitergeführt, wie wir sie kennenlernen durften im ersten Fall. Und genauso die Eli-Wasserscheid waren da. Wunderbewusstsein. Wo machen Sie jetzt dann weiter? In Ihrem Fall das Recht, sich zu sorgen? Wir machen genau ein Jahr weiter nach dem ersten Fall. Es ist der Sommer darauf. Wie gesagt, der Felix Voss arbeitet seit einem Jahr in den Berg und dort setzen wir an mit unserem Feld. Diese, sag ich mal...